Na toll. Skymax bringt unsere Unterwasserausrüstung. Ach, ich werde dann wohl hier auf euch warten. Wieso? Ich habe keine Unterwasserausrüstung. Ehrlich gesagt, stimmt das nicht ganz. Oh ja, das gefällt mir. Tja, Sparkles, du hättest dir was Besseres einfallen lassen sollen. Hey, sei nicht zu hart, ich bin immerhin ganz allein. High Voltage? Los, Fische! Ach, und was jetzt? Streck deine Arme aus. Okay, aber was soll das? Ah, ziemlich beeindruckend. Maymix scheiben, Kanone. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hast du noch mehr Freaks, die dir helfen? Aha, der große Kerl da direkt hinter euch. Wollen wir ihn euch holen oder soll ich? Wir machen das. Nicht anfassen! Oh nein. Jetzt reicht's. Und? Hast du jetzt genug? Ja, ihr seid doch eigentlich hier, um mich zu beschützen. Das ist so peinlich. Na schön, dann kümmere ich mich eben selbst um. Was hat er? Piro, Vorsicht! Wer macht das? Hey, Max, Wasserfaust! Na toll, sie sind entwischt. Ja, aber zumindest mussten sie mit leeren Händen gehen. Kannst du es öffnen, Baymax? Das ist ganz schön viel Gold. Und das sind ganz schön viele Beweise dafür, dass sie für Liv arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.